Ich fahre hier noch nie im Gebäude und ich fahre hier fast jeden Tag mit dem Rad vorbei. Ich will hier mal reinkommen. This is the table of thoughts, the Gedankentisch. And you can sit down and put on a headphone and you can listen to the thoughts of 12 different persons. Bei dieser langen Nacht der Museen sehr viel um Essen, um Appetit, um guten Geschmack. Rösti à la Thomas Mann. Drei große geriebene Kartoffeln, fein geschnittene Zwiebel, 100 Gramm Graetzer oder Emmentaler, reichlich Salz und Pfeffer. Wir sind insgesamt zehn Jahre alt, wir hatten im November 2013 zehnjähriges Jubiläum. Ich finde das Gebäude schon interessant, vor allen Dingen diese Außenfassade, die historische und dann innen das Moderne. Wir waren schon öfter bei der langen Nacht und suchen uns immer das aus, wo man sonst nicht reinkommt oder wo irgendwas Spezielles stattfindet. Die beiden Vorleser, die sich hier hinsetzen, das sind ohne Zweifel ich stelle in die gleich Vormeister ihres Fachs. Also was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder backen kann. Man braucht einfach ein gutes Rezept, man braucht irgendwie einen heißen Ofen, man braucht irgendwie eine Wille dafür. Wilma und Sophie. Genau. Okay. Wir machen Cupcakes. Ich möchte gern, dass du die Manschetten einfach einzeln da reinigst. Wir machen erstmal nur ein Dutzend. Das erste Mal, dass ich hier war, war so, oh mein Gott, das ist so schön. Ich finde das super und ich finde das so toll, auch so eine neue Sache auszuprobieren, wie zum Beispiel bei langen Nacht der Museen, einfach zu backen. Du merkst gerne? Schön. Hast du was probiert, was wir gemacht haben? Das ist gigantisch. Das ist verdirbt. Erleben Sie nun live aus Studio 51. Es kam von oben. Das ist einfach großartig, also eine tolle Live-Atmosphäre. Leute! Kamen! Wen haben wir denn da? Alles klar. In der Vielfalt haben wir uns sehr wohl gefühlt. Wenn es nach uns geht, sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ich freue mich drauf. Das ist unser Text, den wir als erstes lesen. Das geworden. Das ist unser Text. Untertitelung des ZDF, 2020